In der Trauer brauchen die Hinterbliebenen Ruhe und familiären Beistand. Wir vom Bestattungshaus Kirchhof Merten in Lünen möchten Sie in diesen schweren Zeiten unterstützen. Von Bestattungsformalitäten über Trauerfeiern bis hin zur Beisetzung, unsere qualifizierten Bestatter schaffen Raum und Zeit für einen persönlichen und würdevollen Abschied. Bestattungshaus Kirchhof Merten – Bestattermeister und Thanatologen Bestattungshaus Kirchhof Merten